Habt ihr auch die Klagemauer gesehen? Ja, das ist nur überhaupt nicht unsere Art zu klagen, wie du ja weißt. Klo! Das war Humor für Fortgeschrittene, Rashid. Verstehst du, angeblich sind wir alle Franzosen. Aber ständig geht es um unsere Herkunft. Wir haben es nicht so leicht in Frankreich. Das ist für die Erdnüsse und den italienischen Rotwein. Ha! Italienischer Rotwein. Mittag in Paris. Es lebe das Brautpaar.